Hallo, das ist eine Nachricht an den Asia-Imbiss-Drachentöter, bei dem ständig besetzt ist. Meine Kumpels und ich haben vorhin die Feuerschluckerplatte bestellt, die ihr nahe mehr als verdient hat. Malte hat sofort das Aquarium ausgetrunken, Tim hängt mit der Zunge am Gefrierfach und Thorsten hat beim Rübsen die Gardine angezündet. Hauke liegt auf dem Boden und ruft nach Mama. Ich kann dank sechs Litern Milch und zwei Regeln Butter endlich widersprechen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wo bleiben die Glückskekse? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf.